Vielleicht hast du mal diese Nail Art Folien probiert. Eigentlich eine coole Sache, nur schade, wenn es dann so aussieht. Wie wir das besser hinkriegen, das zeige ich dir jetzt. Ich habe meinen Nagel schon mal mit einer Farbe vorgrundiert, hier mit einem Nude und habe mich dann für diese Folie hier entschieden. Diese Folien haben immer eine Motivseite und eine Transferseite. Die Seite hier mit dem Motiv, das ist die glänzende, die sollte immer nach oben zeigen, wenn du ablegst. Nur so kann sich das Ganze auf deinen Nagel übertragen. Ich habe mir dann mein Foliengel dazu geholt, das ist dieser Pen hier, und trage das einmal auf meinem kompletten Nagel auf. Das wird dann 30 Sekunden ausgehärtet und jetzt kommt was, was du vielleicht nicht erwartet hättest, cleanern. Denn dadurch wird die Oberfläche noch klebriger und lässt sich besser verarbeiten. Oder, naja, die Folie lässt sich besser verarbeiten. Die pappe ich mir jetzt auf den Nagel, hole mir meinen Pro Pusher dazu, das ist dieses Metall Tool, und kratze jetzt hier vorsichtig die Folie so richtig fest. Du musst dabei ein bisschen aufpassen, weil die Folie sonst gerne mal kaputt geht. Aber versuch, das Ganze so gut wie möglich aufzudrücken, und dann merkst du schon, dass sich die Folie Stück für Stück löst. Und wie du sehen kannst, ist das auch bei mir der Fall, dass sich die Folie nicht zu 100% übertragen hat. Solche Folien als Fullcover zu tragen, ist super schwierig. Ich für meinen Teil finde aber sowieso, dass diese Designs eigentlich auch am coolsten kommen, wenn sie nicht perfekt sind. Wenn du also zu Perfektionismus auf deinen Nägeln neigst, dann ist das Foliendesign vielleicht nicht ganz die richtige Nailart für dich. Aber folg uns gern für noch mehr Nailstuff.